Waldshut-Thingen I ist eine Doppelstadt im Südwesten Baden-Württembergs unmittelbar an der Schweizer Grenze. Sie ist die Kreisstadt und zugleich größte Stadt des Landkreises Waldshut und ein Mittelzentrum für die umliegenden Gemeinden. Geografie Waldshut-Thingen liegt am Hochrhein, der in diesem Abschnitt durch das Kraftwerk Alpbruck-Dogern deutlich aufgestaut ist. Seine nördlichen Ortsteile ragen in den südlichen Schwarzwald hinein. Die Waldshuter Kernstadt liegt etwa zwei Kilometer westlich der Einmündung der Are in den Rhein an der Grenze zum Schweizer Kanton Agau. Die Are ist der größte Zufluss des Rheins auf seiner gesamten Strecke. Thingen liegt nahe der Einmündung der Wutach in den Rhein am Übergang in den Klettgau. Neben der Wutach sind noch die Flüsse Steiner und Schlücht zu nennen, die im Stadtgebiet in die Wutach münden. Daher wurde Thingen früher auch als Viertelerstadt bezeichnet. Waldshut-Thingen ist Teil des Naturparks Südschwarzwald. Waldshut und Thingen liegen in naturbedingten Englagen. Eine beliebige Stadterweiterung und Neubebauung stößt daher auf natürliche Grenzen. So begann man in Waldshut mit dem Neubau eines Stadtteiles auf dem Ahrberg in Thingen auf dem Wutibuck. Die Landschaft grenzt mit dem Rhein an das Schweizer Mittelland und ist durch die Gletscher und Schmelzwässer der Eiszeit geprägt worden. Während das Gebiet des Schwarzhals ein Grundgebirge des Kamprium ist, teils treten auch die Schichten des Trias zutage. Es fanden auch Bohrungen zur Ergründung von Thermalwasser statt. Der Jahresniederschlag liegt bei 1155 mm und ist damit sehr hoch, da er in das obere Zehntel der in Deutschland erfassten Werte fällt. An 92% der Messstationen des Deutschen Wetterdienstes werden niedrigere Werte registriert. Der trockenste Monat ist der September. Die meisten Niederschläge fallen im Dezember. Im Dezember fallen 1,5 mal mehr Niederschläge als im September. Die Niederschläge variieren mäßig. An 64% der Messstationen werden niedrigere jahreszeitliche Schwankungen registriert. Folgende Städte und Gemeinden grenzen an die Stadt Walzhutingen. Sie werden im Uhrzeigersinn beginnend im Westen genannt. Dogern, Alpbruck, Dasberg, Seingt, Blasien, Weilheim, Uelingen, Birkendorf, Wutöschingen, Lauchingen und Küsserberg sowie jenseits des Rheinsgoblins, Leugern und Fulroyenthal. Das Stadtgebiet von Walzhutingen besteht aus den beiden Kernstädten Walzhut und Tingen-Hochrhein und den im Rahmen der Gemeindereform in diese beiden ehemaligen Städte eingegliederten bzw. mit diesen beiden Städten zusammengeschlossenen ehemaligen neuen Gemeinden Eichen, Breitenfeld, Detzeln, Eschbach, Guertweil, Entleckhofen, Kränkingen, Oberalpen und Waldkirch. Siehe auch abgegangene Burg Blumpenbach. Zu Walzhutingen zählt der Stadtteil Homburg und der Hasenhof bei Breitenfeld. Punkt. Für alle neun ehemals selbstständigen Gemeinden sowie zusätzlich für den zur Gemeinde Waldkirch gehörigen Ortsteil Schmitzingen wurden Ortschaften im Sinne der baden-württembergischen Gemeindeordnung eingerichtet. Das heißt, sie haben jeweils einen von den Wahlberechtigten bei jeder Kommunalwahl neu zu wählenden Ortschaftsrat, mit einem Ortsvorsteher als Vorsitzenden. Die Namen der Ortschaften sind identisch mit den Namen der früheren Gemeinden. Abweichende Ortschaftsnamen sind Eichen, Gutenberg, Geis, Waldkirch und Schmitzingen. Die Zahl der Ortschaftsräte beträgt in allen Ortschaften sechs in Guertweil jedoch zehn. Walzhutingen bildet ein Mittelzentrum im Bereich des Oberzentrums Lörrach-Wall am Rhein, zu dessen Mittelbereich die meisten Städte und Gemeinden des Landkreises Walzhut gehören. Darüber hinaus gibt es grenzüberschreitende Verflechtungen mit den Kantonen Aargau, Schaffhausen und Zürich in der Schweiz. Geschichte Walzhut 1256 fand sich die erste mittelbare Erwähnung des Ortes Walzhut in einer 1256 im Kloster Sankt Blasien ausgestellten Schlichtungsurkunde in der ein Arnoldus Calreto in Waldeschuorte aufgeführt wurde. Der Freiburger Historiker Eugen Hillenbrand nahm 2009 eine Gründung im Kontext der Politik der Grafen von Habsburg nahe der Mitte des 13. Jahrhunderts an. 1277 zeigte das erste Siegel der Stadt mit der Umschrift Siegelum Sivium in Waldeschat einen Waldhüter. Das sogenannte Walzhuter Menle, welches nach 1468 durch ein Ehrenwappen mit dem Habsburger Löwen ergänzt wurde. 1298 an den Osterfeiertagen 1298 rüstete Herzog Albrecht über zwei Wochen sein Herr vor der Entscheidungsschlacht mit Adolf von Nassau in der Stadt. Der gesamte Proviant des Heeres wird im erstmals erwähnten Waldshuter Rheinhafen auf 30 große Schiffe verladen. 1349 wurde ein Pestpogrom an der jüdischen Gemeinde der Stadt verübt. 1375 fällt die Waldshuter Rheinbrücke einem Teil der in den Agau zielten Gugler zum Opfer. Das Kloster Königsfelden erhält als Kompensation für die durch die Gugler verursachten Schäden unter anderem den Kirchensatz von Niederwaldshut. 1380 erhielt die Stadt von König Wenzel das Privileg eines besonders weit gefassten Asylrechts durch. Unter den zahlreichen bis 1496 erhaltenen und immer wieder bestätigten Privilegien der Stadt gab es zuvor schon 1358, 1361 und 1363 Privilegien zum Asylrecht. 1386 fiel in der Schlacht von Sempach der Waldvogt Rudolf von Schönau mit weiteren Angehörigen des Waldshuter Adels und Knechten aus der Stadt. 1388 beteiligte sich ein Waldshuter Kontingent, das die Schlacht bei Nefels verpasst hatte, an der Verteidigung von Rapazville. 1411 verließen die letzten Bürger der einst bedeutenden jüdischen Gemeinde im Vorfeld der Wiener Geserad die Stadt. 1415 verlor die Stadt Waldshut ihre südlichen Verwaltungsbezirke infolge der Annexion des Agaus durch die Eidgenossen. Die Waldshuter Münzprägungen wurden in Zürich verrufen. Russitisch gesündte Bürger der Stadt wurden verfolgt und verbrannt. 1444 entstanden Schäden durch eine sechswöchige Einquartierung der Armagnaken zu deren Kompensation die Stadt im Folgejahr das Privileg des nunmehr zweimal jährlich stattfindenden Marktes erhielt. 1468 wurde die Stadt Waldshut im Waldshuter Krieg sechs Wochen lang von den Eidgenossen beschossen und belagert. An dieses Ereignis erinnert das jährlich biegängene Stadtfest die Waldshuter Schilbi. 1469 wurden die Waldstädte, die herbsburgischen Besitzungen im südlichen Elsass sowie die Stadt Breisach fandweise an das Herzogtum Burgund abgetreten. 1474 stieg der Hauptmann von Waldshut Wilhelm Hertha von Hertneck in den Burgunderkrieg zum politischen und militärischen Führer der Niederen. Vereinigung auf 1492 vernichtete ein großer Stadtbrand 182 Häuser auf etwa 40% der Stadtfläche. 1499 trugen Provokationen in Waldshut stationierter Landsknechte zum Ausbruch des Schwabenkrieges bei. 1524 schloss sich die Stadtbewohner mehrheitlich der Reformation an. 1525 setzte sich unter dem Pfarrer der oberen Kirche Balthasar Hubmeier die teuferisch gesinnte Richtung durch und versuchte erfolglos mit unterschiedlichen Verbündeten ihren Weg gegen die Provinzregierung in Ensesheim durchzusetzen. Die Stadt verlor auf lange Zeit wichtige Privilegien. Die Täuferischen und die reformierten Bürger wurden enteignet und aus der Stadt gewiesen. 1529 verbündete sich Erzherzog Ferdinand von Österreich in Waldshut vertreten durch Veitsuter und Marx-Sittich von Ems und die eidgenössischen katholischen Vororte im Waldshuter Vertrag gegen die reformierten eidgenössischen Kantone. 1534 verweigerte die Stadt Waldshut die Zahlung des Zehnten an Bern. Auf Berner Kriegsdrohungen hin wurden 900 Vorarlberger Landsknechte in die Stadt verlegt. 1611 forderte eine Pest-Epidemie 568 Opfer. 1612 besetzten aufständische Hauensteiner die Stadt und plünderten die städtische Waffenkammer. 1633 wurde die Stadt im Dreißigjährigen Krieg dem Rheingrafen Johann Philipp von Samkürburg-Mörchingen unblutig im Akkord übergeben. Der Rückeroberung durch den Herzog von Feria im Oktober des Jahres fielen etliche Bürger zum Opfer. 1634 wurde die verlassene Stadt von Bernhard Schafalitzki von Mokadell acht Wochen lang für Württemberg bis zur Innsatzung durch den Landsturm besetzt. 1638 leitete die erneute Einnahme der Stadt durch ein Kommando im Auftrag von Bernhard von Weimar eine zwölf Jahre dauernde Unterstellung unter schwedisch-französisches Besatzungsrecht ein. 1678 wurde Walzhut nach der französischen Besetzung Freiburgs für kurze Zeit Sitz der vorderösterreichischen Regierung. 1688 wurde die von den Bewohnern auf das andere Rheinufer verlassene Stadt im Pfälzer Erbfolgekrieg von einer Militärexpedition der französischen Festung Hüningen den Franzosen kurzfristig besetzt. 1701 wurde Walzhut im spanischen Erbfolgekrieg für neutral erklärt und durch eidgenössische Regimenter gegen Angriffspläne der mit den Franzosen verbündeten Kurbayern unter Johann Baptist von Akko gesichert. 1726 brannten bei einem erneuten Stadtbrand 44 Häuser, darunter das erst 1766 wiedererrichtete Rathaus ab. 1744 wurde die Stadt im österreichischen Erbfolgekrieg von den Franzosen unterarmen Fouquet-de-Belle-Eil besetzt und bis Anfang 1745 dem Kurfürstentum Bayern zugeschlagen. 1745 bestürmten aufständische Salpeter-Ehr erfolglos die Stadt. 1796 wurden die Revolutionsstruppen unter General Moreau mit einem Freiheitsbaum empfangen. Bei dem Rückzug über Walzhut wurde der französische Tross von österreichischen Chevrolet-Gas und Freikorps angegriffen. 1800 erfolgte ein erneuter Durchzug der Franzosen. 1801 wurden der Breisgau und die Ortenau in der Folge der Frieden von Luneville und des Frieden von Amins-Eccul III, des dem exilierten Herzog von Modena zugesprochen. Das vor der Stadt liegende Kapuzinerkloster ging in den Besitz des Fürstentums Heitersheim über. 1804 Teilabbruch und Erweiterung der oberen Kirche zur Stadtpfarrkirche Liebfrauen. 1805 gelangten Walzhut und sein Kapuzinerkloster nach dem Frieden von Pressburg mit dem Breisgau an Baden. 1813 schmiedete das Walzhuter Komitee ein Zusammenschluss reaktionärer Exilschweizer, ein Komplott gegen die Helvetische Republik. 1825 eröffnete Friedrich Freiherose eine chemische Fabrik zur Erzeugung von Schwefelsäure im ehemaligen Kapuzinerkloster, die bis 1834 Bestand hatte. 1837 wurden die Zünfte aufgehoben. Das eingezogene Vermögen wurde zur Gründung der Walzhuter Gewerbeschule verwendet. 1848 wurde die mit der Demokratischen Bewegung sympathisierende Stadt durch württembergisches Militär besetzt. 1849 wurde der Republikaner Kaspar Stützle zum Bürgermeister gewählt und nach der Besetzung der Stadt durch preußisches Militär abgesetzt. 1856 wurde die Bahnlinie Basel-Waldshut eröffnet. Sieben Jahre später wurde die Verbindung nach Konstanz eingeweiht. 1873 schlossen sich ein breiter Teil des Bürgertums der altkatholischen Bewegung an. 1918 bei Kriegsende konstituierte sich ein bürgerlich geführter Arbeiter- und Soldatenrat. 1945 entmachtete der Einzug der Franzosen das lokale NS-Regime. 1975 entstand in einer weiteren Phase der ab 1971 begonnenen Gemeindereform die große Kreisstadt Walzhuttingen. Tingen-Tingen wird im Jahr 858 erstmals erwähnt. Im Jahr 1146 besuchte Abt Bernhard von Klavu die Tingener Kirche. 1224 ist Tingen im Eigentum der Freiherren von Krenking, die hier einen Wohn- und Wehrturm besitzen und dem Hochstift Konstanz. Das Münzrecht wird 1275 erstmals genannt. Am 28. März 1388 verlieh König Wenzel dem edlen Johann von Krenkingen, seinem Diener und Hofrichter, für die geleisteten Dienste das Recht Newegold einmunze zu schlatschen. Im Stadtarchiv befindet sich die Beschreibung der Ursache zu dem jährlich abgehaltenen traditionellen Schwiezertag, das Originalprotokoll des Kaiserlichen Hofgerichts. Am 1. August 1415 wurde die Stadt durch Herzog Reinhold von Urslingen mit seinem Söldner Herr angegriffen. Der Angriff scheiterte am erbitterten Widerstand der Bürger und nach der Überlieferung an der Unterstützung durch die im Gebet angerufene Gottesmutter Maria, dessen Organisation obliegt der Bürgerzunft 1503. Das Hochstift Konstanz gab Tingen im Jahr 1448 an Ritter Bilgeri von Heudorf zu lehen, der dann durch zahlreiche Fäden 1468 den Waldshutterkrieg heraufbeschwor. Tingen wurde durch die Eidgenossen eingenommen, zerstört und mit Schaffhauser Truppen besetzt. 1476 wurde Tingen von Schaffhausen wieder an das Bistum Konstanz zurückgegeben. 1482 übergab Bischof Otto IV. von Sonnenberg die Stadt Tingen an die Grafen Alwig und Rudolf Grafen von Sulz. Tingen wurde damit Sitz der Landgrafen des Klettgaus. Im Schwabenkrieg 1499 war Maximilian I. gezwungen als römisch-deutscher Kaiser gegen die Schweizer zu handeln. Diese wollten sich vom Reich lösen. Am 18. April 1499 wurde Tingen vollkommen ausgeplündert und niedergebrannt. Waldshut wurde nicht verwickelt. Mit der Schlacht bei Dornach wurde beendet was mit der Schlacht bei Morgarten begonnen war. Die Schweiz war faktisch unabhängig. Am 22. September 1499 wurde der Frieden zu Basel geschlossen. Im Bauernkrieg der von Stühlingen aus seinen Anfang nahm wurden die Aufrührer bei Griesen niedergeschlagen. Unter den Opfern war der reformierte Theologe Hans Rebmann. Landesherr war Rudolf V. von Sulz. Die Küsserburg wurde während des Dreißigjährigen Kriegs von der eigenen Besatzung gesprengt. Als Befehlshaber der Zeit waren der General Gustav Horn und Bernhard von Weimar. Auch der Oberstgraf Wilfrench und der Feldherr Ferrier in kriegerische Auseinandersetzungen in der Umgebung verwickelt. Eine entscheidende Situation entstand durch die Schlacht bei Entfelden. Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen beschrieb die Schrecken jener Tage in seinen Büchern. Am 22. Mai 1674 heiratete die älteste Tochter des letzten männlichen Grafen von Sulz Johann Ludwig II. Maria Anna, den böhmischen Fürsten Ferdinand zu Schwarzenberg auf Schloss Langenhagen, Johann Ludwig II., unterzeichnete am 14. November 1676 in Tingen eine Fidaicomis und Primogenitur-Disposition nach der ihm im Gesamtbesitz zunächst Maria Anna, dann deren Kinder in der Nachkommenschaft folgten. Am 11. Oktober 1677 wurde die Disposition durch Kaiser Leopold bestätigt. Mit diesem Akt wurden die unterschiedlichen Sulzerrechte und Besitzungen zu dem einheitlichen aber nicht flächendeckenden landesherrlichen Territorium im Klegau zusammengefasst. Nach dem Tod Johann Ludwig II., am 21. August 1687 folgte Maria Anna als regierende Landgräfin und nahm am 27. September die Huldigungen ihrer Untertanen in Tingen entgegen. Nach dem Tod der regierenden Landgräfin und verehelichten Fürsten zu Schwarzenberg im Januar 1698 ging das Ebbe und die Rechtsfolge auf ihren unmündigen Sohn Adam Franz über, der unter der Vormundschaft seines Vaters Ferdinand stand. Erst nach dem Tod Fürst Ferdinand sie, am 22. Oktober 1703 in Wien vereinte Adam Franz zu Schwarzenberg die Herrschaften seiner Eltern. Nach dem Hausgesetz seines Vaters behielten die Klegauer Untertanen ihre hergekommenen Landesordnungen und Rechte. Mit der Rheinbundakte erfolgte 1806 die Mediatisierung der Herrschaft Schwarzenberg im Klettgau. 1812 verkaufte Fürst Josef zu Schwarzenberg auch die Standes- und grundherrlichen Rechte an das Großherzogtum Baden. Siehe auch, Tingen wurde 1806 badisch und gehörte zum Amt Klettgau und ab 1812 zum Bezirksamt Tingen, das 1819 aufgelöst wurde. Seither gehörte die Stadt zum Bezirksamt Walzhut. Für den 7. Juni 1848 waren für den Bezirk Tingen im Tingener Rathaussaal die Wahlen zur Frankfurter Verfassung gebenden Nationalversammlung anberaumt. In diesem Bezirk hatte sich Hecker aufstellen lassen. Er wurde mit großer Mehrheit gewählt, doch seine Wahl für ungültig erklärt, da er nach dem missglückten Heckerzug als Hochverräter galt. Ein zweiter Wahlgang am 16. Oktober 1848 erbrachte wieder eine Mehrheit für Hecker, war damit wieder ungültig und so blieb der Wahlbezirk ohne Vertreter in der Paulskirche. Es folgte die Zeit des Kulturkampfs. In Tingen war eine starke Bewegung der Altkatholiken. Sie erhielten für längere Zeit die Pfarrkirche Maria Himmelfahrt zur Nutzung. Krieg gegen Frankreich 1871 An die Gefallenen des Kriegs gegen Frankreich 1871 erinnert das Löwendenkmal an der Schlossmauer. Es wurde am 31. August 1899 eingeweiht und stammt von dem aus Tingen stammenden Bildhauer Ludwig Gamp, der lange in München tätig war. Der Löwe soll sich darauf beziehen. In der Reichskristallnacht wurde die Synagoge aus dem Jahr 1793 und kurz darauf der alte jüdische Friedhof geschändet. Die Steine wurden zum Bau einer Stützmauer verwendet. Die Juden, die in Tingen seit 1454 urkundlich nachweisbar sind, wurden verfolgt und mussten fliehen. Fünf Männer und 14 Frauen flohen nicht rechtzeitig. Sie wurden ins Gefängnis gebracht, ihre Häuser geplündert und enteignet. Die Frauen wurden tags darauf aus dem Gefängnis in Waldshut wieder in das Rathaus nach Tingen zurückgebracht. So weit bekannt konnte eine Frau noch fliehen. Vier Frauen blieben dagegen in Tingen und wurden am 22. Oktober 1940 durch die Gestapo abgeholt. Sie wurden in das Internierungslager Camp Degue verbracht, wo eine Frau verstarb. Eine Frau konnte entkommen. Zwei der Frauen kamen später vermutlich in das KZ Auschwitz. Die Männer kamen sofort in Konzentrationslager. Drei von ihnen kamen 1939 aus dem KZ-Dach auf Rai und konnten fliehen. Beim Vorrücken der Alliierten noch kurz vor dem Eintreffen der Panzerverbände aus Richtung Waldshut warfen am 25. April 1945 gegen 13,30 Uhr vier Flugzeuge etwa 60 Splitterbomben auf Tingen. Diese forderten sieben Todesopfer und einige Verletzte. Die weißen Fahnen waren zu spät gehisst worden, so dass am Morgen überfliegende Flugzeuge vermutlich noch mit Widerstand rechneten. Der Volkssturm war mit 100 Mann bis zuletzt mit Badolio-Flinten und Panzerfäusten im Einsatz. Mit dem Eintreffen der französischen Panzertruppen am Nachmittag des 25. April 1945 wurde Tingen der Besatzung übergeben. Gutweil mit der guten Burg gehörte zunächst der Fürstabteil Sankt Gallen später dem Kloster Rheinau seit dem Dreißigjährigen Krieg dem Kloster Sankt Blasien. In der Nähe der Gemeinde Weilheim befinden sich die Reste der Burg Gutkränkingen einer Turmhügelburg aus dem 12. Jahrhundert. Das Gebiet der Stadt Waldshuttingen hat sich wie folgt entwickelt. Am 1. Januar 1971 wurden die Gemeinden Breitenfeld und Detzeln in die Stadt Tingen-Hochrhein eingemeindet. Ihnen folgten am 1. Juli 1974 die Gemeinden Eichen und Kränkingen. Am 1. Juli 1971 wurden die Gemeinden Eschbach in Gleckhofen, Oberalpen und Waldkirch in die Stadt Waldshut eingemeindet. Am 1. Januar 1975 wurden die beiden Städte Waldshut und Tingen-Hochrhein mit der Gemeinde Gwertweil zur neuen Stadt Waldshuttingen vereinigt. Einwohnerzahlen nach dem jeweiligen Gebietsstand. Bis 1974 handelt es sich um Zahlen der Stadt Waldshut. Die Zahlen sind Volkszählungsergebnisse oder amtliche Fortschreibungen der jeweiligen statistischen Ämter. Quadratquelle Die im Rahmen der Gemeindereform 1975 neu gebildete Stadt Waldshuttingen überschritt mit dem Datum der Gründung die 20.000-Grenze. Danach stellte die Stadtverwaltung den Antrag auf Erhebung zur großen Kreisstadt. Was die Landesregierung von Baden-Württemberg dann mit Wirkung vom 1. Juli 1976 beschloss. Religionen Waldshut gehörte zunächst zum Bistum Konstanz. Im Jahr 1524 führte der frühere katholische Priester Balthasar Hubmeier, der sich nach 1522 zunehmend an reformatorischem und täuferischem Gedanken gut orientierte in Waldshut die Reformation ein. Doch konnte sich diese nach der Besetzung der Stadt durch habsburgische Truppen nicht auf Dauer halten. Infolge der Zugehörigkeit zu Vorderösterreich blieb Waldshut und sein Umland bis in das 19. Jahrhundert überwiegend katholisch. Die Stadt war schon seit dem 12. Jahrhundertsitz eines Dekanats. Auch die Nachbarstadt Tingen und ihr Umland blieb überwiegend katholisch, wenngleich es dort ebenfalls Anhänger von Hubmeier und dessen Lehre der Täufer gab. Seit 1821 gehören die katholischen Gemeinden im heutigen Stadtgebiet Waldshut Tingenz zum Erzbestum Freiburg und zur zu den beiden Dekanaten, Waldshut und Wutachtal. Sie sind zu drei Seelsorgeeinheiten zusammengeschlossen. Die Seelsorgeeinheit Maria Bronnen umfasst die Gemeinden Sankt, Marienwaldkirch Sankt, Sebastian Eichen und Sankt, Simon und Judas Quertweil sowie die Nachbargemeinden Sankt, Peter und Paul Weilheim Sankt, Stefan Weilheim Nöckenschwild Sankt, Pankratius Berau und Sankt, Laurentius Bränden. Die Seelsorgeeinheit Waldshut umfasst die Liebfrauengemeinde und die Nachbargemeinde Sankt, Clemens in Dogern. Im Dekanat Wutachtal gehören die beiden Gemeinden Maria Himmelfahrt Tingen und Sankt, Nikolaus Krenking zusammen mit der Nachbargemeinde Herz Jesu Lauchingen unter Lauchingen zur Seelsorgeeinheit Tingen. Mindestens seit dem 19. Jahrhundert waren jüdische Familien in Tingen ansässig, die in der Fahrgasse 13 eine Synagoge errichteten. Sie wurde beim Novemberpogrom 1938 geschändet. Heute erinnern mehrere Hinweistafeln im Ort an die Geschichte der Tinger Juden. Ihre Verstorbenen begruben sie auf dem jüdischen Friedhof an der Feldbergstraße, der in der NS-Diktatur entweit und zum Sportplatz umfunktioniert wurde. Heute ist das Areal als Gedenkstätte eingerichtet auf dem 50 Namen jüdischer Einwohner verzeichnet sind, die hier begraben wurden. Im 19. Jahrhundert zogen auch wieder Protestanten nach Waldshut und Tingen. Die Waldshuter Protestanten wurden zunächst von Sikkingen aus betreut. 1870 erhielt Waldshut einen eigenen Pfarrer und 1890 wurde eine Filielkirchengemeinde gegründet. 1921 wurde die Gemeinde eine eigene Pfarrei. Zur Gemeinde Waldshut gehören heute auch die Protestanten der Stadtteile Eschbach in Gleckhofen und Waldkirch und einiger Nachbargemeinden. Auch in Tingen entstand 1871 eine Gemeinde, die zunächst Filiale von Kadelburg war. Die Christuskirche wurde 1905 errichtet. Eine eigene Pfarrei gibt es dort seit 1926. Zur evangelischen Gemeinde Tingen gehören heute auch die Protestanten der Stadtteile Eichen, Breitenfeld, Detzeln, Gertweil und Kränkingen sowie einige Nachbargemeinden. Die Protestanten aus dem Stadtteil Oberalfen gehören zur Nachbargemeinde Alpruck. Die beiden Gemeinden Waldshut und Tingen gehören zum Kirchenbezirk Hochrhein der Evangelischen Landeskirche in Baden. Die Entstehung der Waldshuter evangelisch-freikirchlichen Gemeinde geht auf das Jahr 1951 zurück. Gemeindegründer waren vor allem baptistische Flüchtlinge aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten, die in Waldshut eine neue Heimat gefunden hatten. Bereits 1953 konnte die Balthasar-Hubmeier-Kirche an der unteren Haspelstraße eingeweiht werden. Der Name des Gotteshauses erinnert an den bereits erwähnten Waldshuter-Reformator und drückt die Verbundenheit der Gemeinde mit dessen täuferischen Anschauungen aus. Innerhalb ihrer Freikirche gehören die Waldshuter-Baptisten zum evangelisch-freikirchlichen Landesverband Baden-Württemberg. Zu den Waldshuter-Freikirchen zählt auch die Adventistengemeinde, deren Gemeindezentrum sich an der Robert-Bosch-Straße befindet. Die Altkatholiken in Waldshuttingen gehören zur katholischen Pfarrei der Altkatholiken Hochrhein-Wiesenthal mit Sitzensekingen. In den beiden Stadtteilen Waldshut und Tingen befindet sich jeweils auch eine Gemeinde der Neuapostolischen Kirche.